Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einem kleinen Video hier, was ich hier gerade drehen werde. Und zwar seht ihr hier gerade im Hintergrund eine schöne kleine Runde Blockparty, eher gesagt, drei kleine Runden. Ich muss das aber jetzt alles leider nachsynchronisieren, weil... Weil ich mit der Audiodatei irgendwie nicht mehr zufrieden war und deshalb will ich das hier einfach nochmal neu machen und nochmal neu synchronisieren. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt einen neuen, oder vielleicht in der nächsten Zeit vielleicht mal einen neuen Uploadplan erstellen, weil es halt montags bei mir nicht so klappt, irgendwie, oder kurz davor klappt ein Video zu produzieren. In den nächsten Wochen wird es erstmal da sein, aber es wird schwer, weil ich montags wirklich neun Stunden habe. Und ich komme halt sozusagen, stehe um sechs Uhr auf morgens früh und bin erst um sechs Uhr zu Hause. Und das heißt, ich bin dann den kompletten Abend nur beschäftigt mit Hausaufgaben oder Essen oder sonst was anderes, mich auszuruhen. Ich kann dann, wenn, dann erst Dienstag für Mittwoch wieder vordrehen oder von Sonntag auf Montag, was auch relativ schwer ist. Und ja, wie gesagt, wird dann so mein Uploadplan aussehen, dass ich montags wahrscheinlich vielleicht die Folge ausfallen lasse. Es wird aber immer noch mittwochs und freitags wahrscheinlich eine Folge geben. Aber da werde ich euch noch Näheres zu zeigen, wenn schon ich in die Klausurphase komme, wo ich dann die Klausuren schreibe in meinen LK-Fächern und meinen Grundkurs-Fächern, was auch nicht wenig wird. Und zudem habe ich ja noch das IB, was ich schon vorher schon mal in einem Video bestimmt erwähnt habe. Und ja, wie gesagt, montags habe ich neun Stunden und wie es jetzt auch im Titel lesen wird, und mir eher das jetzt im Titel lesen wird, dass ich montags hasse. Ja, denn ich muss richtig lange in der Schule sein. Eher gesagt würde ich sagen, muss ich in der Schule sein 10 Stunden, also 10 Stunden vom Tag muss ich in der Schule sein, also neun Stunden habe ich regulär. Bei neun Stunden, bei uns geht eine Stunde der Unterricht, nicht so wie bei den meisten Schulen von 40 Minuten, nein, bei uns geht er eine Stunde. Und Pluspausen, die zusammengerechnet eine Stunde sind, also man hat für einen Tag nur maximal eine Stunde Zeit. Und ja, so sieht es bei mir gerade aus. Ich werde dann natürlich immer weiter informieren, wenn ich schon in die Klausurphase komme, wo ich mich auf die Klausuren vorbereiten muss. Und ja, das war es schon mal von mir. Und ja, ich hoffe, ihr genießt dann auch die letzten Minuten, oder die letzten ein, zwei Minuten von diesem Video, die ich nachher reinschneiden werde. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, bis Freitag und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.